Die Mohr Metalltechnik ist ein weltweit operierender Automobilzulieferer mit Standorten in Deutschland, Polen und den USA und über 200 Mitarbeitern. Von unserem Stammwerk in Wenden im Sauerland aus sind wir in der Lage, unseren Kunden Komplettlösungen aus einer Hand zu liefern. Vom Werkzeugbau über Prototypen bis hin zur fertigen Baugruppe. Vor der Einführung von SAP Business One und BEAS hatten wir sehr viele Probleme im Bereich Lager, Planung und Fertigungssteuerung, da das vorherige System sehr unübersichtlich und unstrukturiert war. Das konnten wir mit der Einführung von SAP Business One und dem BOEM Add-on BEAS Manufacturing deutlich verbessern. Vor der Umstellung hatten wir drei unterschiedliche Softwarelösungen im Einsatz für die unterschiedlichen Geschäftsbereiche, was uns die Administration enorm erschwert hat und jede Flexibilität genommen. Mit SAP Business One und BEAS haben wir jetzt eine integrierte Lösung und gemeinsame Datenbasis für alle Geschäftsbereiche. Dies bringt uns Vorteile bei der Qualität der Daten, der Durchgängigkeit der Prozesse und beschleunigt unsere logistischen Abläufe. SAP Business One und die BEAS Module erleichtern meinen täglichen Arbeitsaufwand und geben mir die Möglichkeit, effizienter und produktiver zu arbeiten. Wir haben uns für SAP Business One und die BEAS Module der BOEM IT entschieden, weil sie alle Funktionalitäten der Geschäftsbereiche kombinieren. Sie sind die optimale Basis zum Ausbau unserer internationalen Aktivitäten. SAP Business One und BEAS zeichnen sich vor allem durch die einfache Bedienung und klare Strukturen aus. Außerdem bietet SAP Business One und BEAS eine bessere Vernetzung mit unseren Kunden und eine bessere Kompatibilität. Die hervorragenden Referenzen und Erfahrungen im Bereich Automotive haben uns die Entscheidung für Aplico als Implementierungspartner leicht gemacht. SAP Business One und BEAS bedeuten für mich Zuverlässigkeit und Kompetenz. SAP Business One und BEAS